Ja, jetzt habe ich gerade ein Paneel eingegeben. Jetzt ist das Paneel wieder nicht da. Alles was du unter deinem Stream, alles was da steht, das kannst du in Paneels machen. Jetzt habe ich es mir gerade wieder weggelegt, jetzt kann ich es wieder herfallen, das ist zum Kälzen. Dann muss ich wieder die Saiten aufmachen, wo ist sie denn? Paypal, wieder einloggen, start wieder zweimal, so einloggen, Passwort eingeben. Da, 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 da. Dann auf Verkäufer-Einstellungen, dann auf meine Buttons, dann auf Aktion, Code-Anzeigen. Dannion楼- Untertitelung des ZDF, 2020 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 So wie er es will. Jetzt ist es da so wie er es will. Jetzt fehlen mir noch drei Zuschauer. Du hast zu lange nicht mehr aktualisiert. 1097 steht bei mir. Ach, ich bin schon wieder viel zu schnell, aber es ist nicht zu kurz, dann fahren wir gleich wieder da raus. 1097 und 74 Follower. Da ist wieder einer abgesprungen. Eigentlich hätten es 75 sein müssen mit dem Kuchel. Der ist wieder abgesprungen. Ja, ich weiß nicht, ob das der Kuchel ist, aber einer ist wieder abgesprungen. Jetzt wird mir 75 normal sein. Ja, ich hätte da schon ganz gerne mal die 100 stehen als Follower. Ja, ich hätte da schon ganz gerne mal die 100 stehen als Follower. Ja, ja. Ja, ja. Ja. Jetzt spinnst du mir aber schon. Die ohne Reihe hätte es da noch nicht mehr können. Ja. 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 Dann würde ich mal rein schauen und dann sagen, naja, das gefällt mir nicht. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir nicht. Und dann kein Follower da lassen. Ja. Das ist das andere. Aber war schön. Ja. Vor allem war es lustig, weil ich ja doch nur der Jüngste bin, weißt. Ja. Ja. Wie ist das? Ja. Ja. Oder? Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 und so, kommt schon voll, drum irgendwas, dass man hier nichts mehr neuschmeißt, aber ist ja nicht so flumm Ein bisschen können abbreiten, was er noch hat. Ein bisschen abbreiten, was er noch hat. Ein bisschen abbreiten, was er noch hat. Ein bisschen abbreiten, was er noch hat. Eben da, jetzt noch da. Da ist ja den ganzen Tag schon halber einer dabei gewesen. Der D2BF4B. D125F5E1 ein bisschen, was er noch hat. Da sind dieéd, da sind sie vorbei, was er kommt. Ein quoi? Muss erhurst ihn abringen wenn es um 18. InvestOR wäre es. Und jetzt? Eins zu sagen. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute.